Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Nationale Sicherheitsberater Festhalten! Der Nationale Sicherheitsberater Festhalten! Festhalten! Der Nationale Sicherheitsberater Festhalten! 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 Der Infektion entkommen, nur um dein Sohn zu sterben. Wir können nicht länger hierbleiben. Wir müssen weiter zur Kathedrale. Leon! Helena! Ist alles okay? Ja. Irgendwie sind wir immer noch am Leben. Wir schlagen uns über den Friedhof zur Kathedrale durch. Egal! Ruf! Schau! Kaa! Egal! Ah! Was ist das? Ich komme! Nein! Leon! Leon, Helena, ist alles okay? Ja. Irgendwie sind wir immer noch am Leben. Wir schlagen uns über den Friedhof zur Kathedrale durch. Ja. 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 Ah! Ah! Roger. Es gibt wohl Schlimmeres, als einen Hund über den Friedhof zu jagen. Ja, das könnte andersrum sein. 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 Ja. 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 Okay, wir sind drin. Okay. Leon, alles okay? Ist es nichts gebrochen? Gut, ich glaube kaum, dass Sie wegen mir umkehren dürfen. Ich weiß, wir sehen uns bei der Kette im Heimat. Ich weiß, wir sehen uns bei der Kette in 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 der Kette. Geilen. Was ist das? Was ist das? Wo wends? Höchst jetzt! Höchst jetzt! Geht her! Ha! Hö! Alles okay? Vielen Dank. Mann, ist es schön, Sie wiederzusehen. Danke. Gehen wir jetzt endlich zur Kathedrale, oder nicht? Sehe sie, schnell! Hey, Linda. Okay. Hallo? Ich weiß, dass jemand da ist. Aufmachen! Sind Sie irre? Die Dinger bringen uns um! Wir sind's doch nur. Schnell, lassen Sie uns rein! Turtle Man! Ich kann Sie draußen fahren! Okay, okay. Wir erledigen Sie zuerst. Ist jemand da draußen? Du musst sie reinlassen! Aber hauen Sie an, der in der Leichen dazu? Bist du wahnsinnig? Gehen Sie rein! Ja! Kirchenglocken? Soll das ein Witz sein? Achtung! Wir kriegen Gesellschaft! Nein! Ah! Ich helfe Ihnen! Machen wir diese Bestien fertig! Wenn das wenigstens einer etwas zu machen erreicht hat. Paul, mach die Tür auf! Los! Ich brauche Hilfe! Ich brauche Hilfe! Na gut, na gut! Jetzt kommt endlich rein! Ich setze viel aufs Spiel für Sie. Ich hoffe, Ihre Information ist das wert. Aber ja, daraus verwette ich mein Leben. Ich bin ein wenigstens für euch. Mein Wins, ich glaube ich! Er läuft! Nein! Thomas! Leon! Sehen Sie! Schnell! Roger! Hallo? Ich weiß, dass jemand da ist. Aufmachen! Sind Sie irre? Die Digger bringen uns um! Wir sind's doch nur! Schnell, lassen Sie uns rein! Aufmachen, Daddy! Ich kann Sie doch nicht sagen! Okay, okay. Das müssen wir erledigen, wie ich sehe. Geh mal da raus. Du musst hier rein. Warten, nenn da rein. Schuh! Bis gut, da! Fischenglap! Soll das ein Wind sein? Achtung! Wir kriegen Gesellschaft! Lass mich für die Welt spielen! Ich bin der Geist. Dann gehen wir nach! Ich bin der Geist. Ah! Ich helfe ihnen! Machen wir diese Bestien fertig! Schön, dass wenigstens einer etwas Rückgrat beweist. Oh, das geht hier auf! Los! Na gut, na gut! Jetzt kommt endlich rein! Gar nicht übel! Ich helfe! Sind sie? Tut mir leid. Wir sind keine Rettungskräfte. Dort bei Malthas ist eine Geheimtür, die in den Keller führt. Wir müssen sie irgendwie aufkriegen. Sagen Sie mir, was da unten ist? Besser, ich zeige es Ihnen. Was machen wir hier? Mein Sohn Marco. Er ist in der BSAA. Sie werden sehen. Er taucht hier gleich mit einer ganzen Armee auf. Das ist nicht einfach nur Dekoration. Okay. Stimmt. Hier gibt's mehr, als es den Anstrengen hat. Mianach! 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 Als ich letztes Mal hier war, war's offen. Mist. Und jetzt? Uns fällt schon was ein. Sehen wir uns mal um. Nichts. Wir müssen etwas übersehen. Die beiden heiligen Mütter weisen den Weg. Die beiden heiligen Mütter weisen. Sie ist mit der anderen identisch. Und sie sind nicht nur Dekoration. Die beiden heiligen Mütter weisen. Die beiden heiligen Mütter weisen. Die beiden heiligen Mütter weisen. Die beiden heiligen Mütter weisen den Weg. 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 Okay. Leon, mit dem Schalter an den Statuen kann man sie deaktivieren. Ah, jetzt reicht es aber mal langsam. Keine Zeit für diesen Mist. Das kann mich nicht aufhalten. Los, weiter! Vorwärts, John. Später vielleicht? Das lasse ich mir doch nicht entgehen. Nicht jetzt! Leon! Ah, jetzt reicht es aber mal langsam. Wir haben keine Zeit für diesen Mist. Das kann mich nicht aufhalten. Los, weiter! Das lasse ich mir doch nicht entgehen. Vorwärts! Später vielleicht? Vorwärts! Später vielleicht? Vorwärts! Nicht jetzt! Vorwärts! Nicht jetzt! Fortschritte. Fortschritte. Vorwärts! Später vielleicht? Vorwärts! Nicht jetzt! Okay, los jetzt! Ah! Huh! Oh! WDR mediagroup Glocken 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 WDR mediagroup Glocken